In dem afrikanischen Land Niger gab es gestern einen Militärputsch und zwar ausgerechnet von den Generälen, die von Deutschland ausgebildet worden sind. Das ist jetzt wirklich der nächste kolossale Rückschlag für Außenministerin Baerbock. Alle Details in diesem Video, los geht's! Das Land Niger ist eins der ärmsten Länder der Welt und liegt in der afrikanischen Sahelzone. Und diese Zone ist bekannt dafür, dass hier weltweit die meisten Menschen mit terroristischer Gewalt getötet werden. In den letzten sechs Jahren hat sich die Anzahl der Todesopfer durch Terrorismus dort verachtfacht. Und genau aus diesem Grund lag das Land Niger auch im besonderen Fokus der deutschen Außenministerin. Man wollte einfach der Region helfen und für Stabilität sorgen. Unsere Außenministerin Baerbock und auch ihre Vorgänger hatten deswegen die Idee, dass wenn man in diesem Land nur besonders viel Geld und besonders viel Entwicklungshilfe gibt, dann wird sowohl das Land Niger als auch die komplette Saalzone stabiler. Tja, und Entwicklungshilfe aus Sicht von Baerbock ist zum großen Teil einfach militärische Hilfe. Noch im März diesen Jahres hatte sie eine Rede im Bundestag gehalten zum Mandat EU Military Partnership Mission. Du hast richtig gehört. Military Partnership Mission. Also eine Mission für die militärische Partnerschaft. Und die Rede von Baerbock kannst du dir auf der Seite der Bundesregierung runterladen. Und hier mal ein kleiner Auszug von ihr. Keine Perspektiven, Unsicherheit und Gewalt. Diesen Teufelskreis zu durchbrechen, darum geht es der nigrischen Regierung und darum geht es uns als Europäische Union. Wir wollen die Menschen in Niger nicht allein lassen. EU-MPM, die neue militärische Partnerschaftsmission der EU, ist dabei ein wichtiger Baustein, denn sie hilft, die nigrischen Streitkräfte auszubilden, auszurüsten, damit sie ein Minimum an Sicherheit für Frauen und Männer, vor allem für Kinder und Jugendliche in diesem Land gewährleisten können, damit sich eben diese Spirale der Gewalt nicht weiterdreht. Okay, also Baerbock will die nigrischen Streitkräfte ausbilden und ausrüsten, sodass sich die Spirale der Gewalt nicht mehr weiterdreht. Sie will also, dass demnächst in Niger alles friedlicher und demokratischer abläuft. Ist doch eine tolle Sache, ja? Und rund 100 deutsche Soldaten sind bereits in dem Land auf dem Lufttransportstützort in Nimei und arbeiten dort für mehr Frieden und mehr Demokratie. Das Blöde an der Tatsache ist nur, dass dieser Schuss jetzt komplett nach hinten losgeht, weil die Armee und die Generäle, die jetzt von Deutschland ausgebildet worden sind, die sorgen eben nicht für mehr Frieden und Demokratie, wie man sich versprochen hat, sondern die haben jetzt mal eben die demokratisch gewählten Präsidenten gestürzt und einen Militärputsch gemacht. Die Zeit schreibt dazu, Putsch in Niger, General, er nennt sich zum neuen Machthaber. Offiziere der Präsidentengarde hatten den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bouzoum am Mittwoch in seinen Palast festgesetzt und für entmachtet erklärt. Die Streitkräfte Niger stellten sich am Donnerstag auf die Seite des rebellierenden Militärs. Die Putschisten warnten ausländische Staaten davor, militärisch einzugreifen. Und nach Militärputschen in Mali und Burkina Faso seit 2020 war Niger das letzte der drei Nachbarländer in der Saalzone, das von einer demokratisch gewählten Regierung geführt wurde. Erst Ende 2020 hatte die EU eine Militärmission Niger beschlossen, um den Terrorismus in der Region zu bekämpfen. Tja, also meine lieben Zuschauer, das müsst ihr euch mal vorstellen, ja? Die deutsche Bundeswehr bildet also das Militär in einem demokratischen Land aus und danach putscht dieses Militärsland und installiert eine Militärdiktatur. Tja, also ich würde da mal sagen, das wird auch endlich mal sinnvoll investierte Steuergeer. Tja, Sarkasmus aus. Und schon unter Kanzlerin Merkel wurde ja dem Land Niger damals eine Schlüsselrolle in der Bekämpfung von Terrorismus und vor allen Dingen auch in Bekämpfung von Fluchtursachen zugedacht. Und deswegen hat die deutsche Regierung in den letzten zehn Jahren, pass auf, fast 800 Millionen Euro Entwicklungshilfe nach Niger geschickt. Das Portal hier schreibt, es gibt kein Land, das pro Kopf der Bevölkerung mehr Entwicklungshilfe aus Deutschland erhält als Niger. Ein Autor der CDU nahen Konrad-Anders-Stiftung nannte das Land in einem Gastbeitrag für die Zeit Letzte Hoffnung. Und Annalena Baerbock übernahm dort die Verantwortung für die Auswirkungen des Klimawandels und wollte den Wüstenstaat als Betätigungsfeld ihrer feministischen Außenpolitik nutzen. Und das musst du dir mal vorstellen, ja? Baerbock geht mit ihrer feministischen Außenpolitik nach China und wird wieder nach Hause gejagt. Danach geht Baerbock mit ihrer feministischen Außenpolitik nach Saudi-Arabien und wird auch wieder nach Hause gejagt. Und jetzt geht Baerbock mit ihrer feministischen Außenpolitik nach Niger und dort gibt es jetzt einen Militärputsch. Also man hat das Gefühl, dass sich die Lage wirklich in jedem Land verschlechtert, wo Baerbock mit ihrer grünen feministischen Außenpolitik auftaucht, ja? Und versucht, die Länder zu belehren. Die Länder, die haben einfach keinen Bock auf diesen Unsinn. Die Länder haben keinen Bock auf die Belehrungen von Baerbock mit ihrer feministischen Außenpolitik. Und sicherlich ist Baerbock nicht der Grund und auch nicht der Auslöser für diesen Militärputsch in Niger. Aber in diesem Land sehen wir jetzt wieder eindeutig, wie der deutsche Idealismus in der Außen- und Entwicklungspolitik komplett scheitert. Tja, und weiter kann man sich natürlich auch noch fragen, hätte Deutschland das Militär in Niger nicht so gut ausgebildet, hätte dann ein Putsch vermieden werden können? Aber nichtdestotrotz versucht Baerbock, unabhängig davon, was jetzt da passiert, unabhängig davon von dem Putsch jetzt, ihre feministische Außenpolitik im Niger zu retten und für mehr Demokratie zu kämpfen. Die hat sich nämlich direkt mit Niger wieder kurz geschlossen und die Zeitung schreibt dazu, Baerbock sichert Außenminister von Niger volle Unterstützung zu. Nach dem Putsch in Niger hat Außenminister Baerbock ihren Amtskollegen Hasumi Masoudou die volle Unterstützung Deutschlands für die demokratische Entwicklung in dem westafrikanischen Land zugesichert. Das twitterte sie nach einem Telefrat mit Masoudou. Wo Militärs mit Gewalt nach Macht greifen, schaden sie ihrem Land, schreibt sie. Die Bundesregierung unterstützt die Bemühungen zur Wiederherstellung der Verfassung. Dazu gehöre auch die umgehende Freilassung von Präsidenten Moabersum, sagte die Grünen-Politikerin laut einer Mitte des Outwärtsigen Amtes. Tja, und da kann man sich natürlich berechtigterweise fragen, was soll das denn heißen? Also schicken wir jetzt noch mehr Soldaten nach Niger, erklären dann der Militärdiktatur den Krieg und befreien den eingesperrten Präsidenten? Ich meine, Russland hat Baerbock ja auch im Alleingang den Krieg erklärt. Oder warten wir jetzt erstmal ab, bis die Amerikaner wieder das ganze Land zerbombt haben, so wie sie es auch in Syrien, Afghanistan und anderen Ländern gemacht haben. Die haben ja dort schon tausend Soldaten stationiert und haben ja dort auch zwei Basen. Also, ich hoffe jetzt wirklich, wirklich, das ist wichtig, dass diese Frau jetzt nichts Dummes macht und wir uns aus diesem Krieg heraushalten. Und das gilt auch nicht nur für Kriege dort in Afrika, in Niger, sondern das gilt auch für Europa. Aber gerade die Grünen haben ja mit ihrem Baerbock, mit ihrem Hofreiter wirklich die größten Kriegshetzer in ihren Reihen und wollen im Namen der Moral zahlreiche Kriege führen. Und das dürfen wir auf gar keinen Fall zulassen. Und meine Einschauen dazu ist auch ganz klar. Ja, wir sollten anderen Ländern helfen und auch Armut bekämpfen. Und auch gerne mit Entwicklungshilfe und mit Diplomatie. Aber sobald ein Land irgendetwas mit Krieg zu tun hat, müssen wir uns komplett raushalten. Wir sind selber in der NATO und haben nur eine einzige Verpflichtung. Und zwar die Verteidigung unseren eigenen Landes und das unserer Partner. Mehr nicht. Alles andere geht uns nichts an. Und nein, wir verteidigen auch nicht unsere Demokratie im Niger. Wer etwas anderes behauptet, der lügt.